Herzlich willkommen bei diesem Videotraining zu Management Reports in Excel 2013. Mein Name ist Frank Arendteilen und ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie mit Excel aussagekräftige Berichte erstellen. Excel bietet Ihnen mächtige Werkzeuge, um zunächst Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen, aufzubereiten und auszuwerten. Als Controller wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrer oder fortgeschrittener Excel-Anwender haben Sie auch noch oft die Aufgabe, Ihre Daten live zu präsentieren. Hierfür stelle ich Ihnen in diesem Videotraining häufig verwendete Werkzeuge und Arbeitstechniken, wie zum Beispiel die automatische Rangsortierung im Balkendiagramm, Tricks mit dem Befehl Kamera und die Vorbereitung an der Präsentationsebene vor. Da Diagramme oft einen wesentlichen Anteil im Report einnehmen, zeige ich Ihnen anschließend einige dieser wichtigen Elemente, zum Beispiel den Performance Indicator, das Füllstanddiagramm, aber auch die Sparklines als Mini-Diagramme mit Pfiff. Für einen dynamischen, interaktiven Report benötigen Sie Steuerelemente und Datenschnitte. Mit Ihnen wählen Sie gezielt Daten aus oder nehmen Einstellungen für die Präsentation vor. Diese Elemente werde ich Ihnen ebenfalls in diesem Videotraining vorstellen. An ausgewählten Beispielen zeige ich Ihnen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten der vorher besprochenen Werkzeuge, Arbeitstechniken und Elemente im Management Report. Hier entscheiden die gute Auswahl und der richtige Mix über eine gelungene Präsentation. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei diesem Videotraining. Ich hoffe, dass Sie neue Anregungen für die Erstellung Ihrer Reports mit Excel 2013 erhalten. Ihr Frank Arendtheilen